Ja, meine Damen und Herren, lassen wir uns gleich in medias res gehen. Wir haben gehört, es ist kein Brandschutz, die Präventionsarbeit. Es soll Brandschutz sein und kein Feuerlöscher, so rum. Die Verwechslung von Intervention und Prävention, damit haben wir, glaube ich, täglich zu kämpfen, wenn wir uns mit diesem Bereich beschäftigen. Wie sieht es bei Ihnen und in Ihren Bereichen aus? Was soll Ihrer Meinung nach Präventionsarbeit leisten? Frau Giffey, bitte. Ja, guten Morgen erstmal an alle. Ich freue mich, hier zu sein in Dresden und ich freue mich auch, dass so viele Menschen hier sind, die sich in der Praxis sowohl auf Seiten der Polizei als auch bei den Sicherheitsbehörden als auch bei den Organisationen der Zivilgesellschaft für dieses Thema einsetzen. Wir haben eine Situation in Deutschland, die ist nicht einfach an vielen Stellen, aber ich bin ja jemand, der seit vielen Jahren auch aus der Praxis kommt. Ich habe 16 Jahre Kommunalpolitik hinter mir in Berlin, Neukölln und ich fand es immer wichtig, dass wir schaffen, einen Dreiklang hinzubekommen zwischen Prävention, konsequenter Reaktion und auch Repression. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Politik auch das Signal sendet, dass wir alle drei Seiten unterstützen und Prävention ist dafür ein ganz wichtiger erster Schritt. Aber wenn eben Menschen Grenzen überschreiten und wenn wir eine Entwicklung haben, die problematisch ist, dann müssen wir reagieren und auch wirklich sagen, wir reichen an ganz vielen Stellen die Hand, aber wir sagen auch, es gibt ein konsequentes Stoppsignal und das finde ich wichtig. Und dafür brauchen gerade diejenigen, die das bei den polizeilichen Behörden auf allen Ebenen umsetzen, unsere Rückendeckung und deswegen bin ich auch hier, weil ich Ihnen das signalisieren möchte und auch einfach mal all denen danken will, die sich täglich vor Ort für dieses wichtige Thema engagieren. Ich sehe auch einige aus Berlin sind da. Der Präventionsbeauftragte aus Neukölln ist da. Der hat mir vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt. Ich will Ihnen das mal zitieren. Ein Zitat eines Schulleiters. Der hat geschrieben oder gesagt, wenn Sie Hinterhofmoscheen haben, wenn Familien ihrer Tochter anraten, ein Kopftuch aufzulegen, weil der Druck von der Straße so groß ist, dann dürfen Sie nicht glauben, dass die Schule das regulieren kann. Dann muss die Politik ran. Und wissen Sie, ich habe darüber viel nachgedacht. Ich glaube, dass wir alle ran müssen. Nicht nur die Politik, aber auch die Politik. Das geht nur gemeinsam. Deshalb ist es auch gut, dass hier heute Bund, Land, Kommune auf dem Pendel zusammen sind. Das soll auch ein Zeichen sein, dass es nur in dieser Zusammenarbeit geht und dass wir uns eben dafür stark machen müssen auf allen Ebenen. Und deshalb wünsche ich Ihnen allen hier heute auch natürlich ganz, ganz viele positive, praktische Austausche und dass wir es schaffen, auch die schwierigen Dinge anzusprechen. Denn ohne das wird es nicht gehen und Sicherheit ist ein Thema, was ganz entscheidend ist, auch für Integration und für die Frage, wie wir eigentlich unser Land gestalten wollen. Dafür müssen wir sorgen und dafür setze ich auch mich ein. Dann nickt der Herr Ministerpräsident. Wir hatten hier in Sachsen die Diskussion nicht um die Polizeistellen, die abgebaut worden sind und jetzt wieder aufgebaut werden müssen. Aber das ist ja nun nicht alles, was in Sachsen an Präventionsarbeit passiert. Hier passiert ja nicht nur repressive, sogenannte repressive Präventionsarbeit, sondern eben auch ganz viel aktiver aus der Bürgergesellschaft heraus. Was ist für Sie eine gute Präventionsarbeit? Ja, ich bin auch aus der Kommunalpolitik herausgeprägt, aus den 90er Jahren, wo es wirklich auch eine ganz schwierige Situation mit Rechtsextremisten gegeben hat und wo klar geworden ist, das ist keine Frage, die die Polizei, die die Staatsanwaltschaft alleine machen kann, sondern es braucht diesen gesamten gesellschaftlichen Antritt, es braucht diese Vernetzung von Schule, Kirche, von Sportvereinen und vielen, vielen anderen Akteuren, die gemeinsam klar macht, hier sind Grenzen, das wollen wir nicht, das dulden wir nicht und die Mehrheit steht an einer anderen Stelle. Und deswegen bin ich auch heute noch der Meinung, dass wir diese Präventionsarbeit, wo immer es geht, unterstützen müssen. Ich höre auch von den Polizisten immer wieder genau diesen Satz, der ja auch bei Ihnen mit durchgeklungen ist, man kann dieses Thema nicht alleine der Polizei überlassen, sondern das muss etwas sein, was aus der Gesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft herauskommt und Präventionsarbeit ist dann am Ende eben wirklich lokal und sehr konkret und deswegen ist es richtig, wenn wir mit verschiedenen Programmen diese Arbeit unterstützen und auch möglich machen. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist, das Programm Demokratie leben fortzuführen und zu unterstützen. Es ist ein ganz wichtiges Programm. Wir profitieren im Freistaat Sachsen sehr davon und machen mit eigenen Programmen Weltoffenes Sachsen und vielen anderen Programmen eben in ähnlicher Weise mit, weil wir eben erkannt haben, dass wir das nur gemeinsam können. Und natürlich wird die Polizei aufgestockt. Überall in Deutschland hat man vor zehn Jahren, war man der Meinung, dass man da nicht mehr so viel Aufwuchs braucht, dass es anders werden wird. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier in Sachsen, aber auch im Bund, in den anderen Bundesländern reagieren, dass wir die Staatsanwaltschaften stärken. Ich habe ja dieses Konzept auch der Jugendgerichtshilfe und der Häuser der Jugendgerichtshilfe mit Sebastian Gemko gemeinsam auch auf den Plan gerufen. Dresden hat ein eigenes Konzept. Es geht auch nicht darum, jetzt nur einen Weg zu formulieren oder ein Modell zu haben. Ich möchte gerne dieses Prinzip, dass diejenigen, die vor allen Dingen als Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt kommen, schnell und konsequent eine Strafe spüren, eine Konsequenz spüren, damit sie lernen, dass das nicht so geht, dass das so nicht funktioniert, sondern dass es Grenzen gibt in einer Gesellschaft, die man einhalten muss. Das Thema des Präventionstages ist Gewalt und Radikalisierung. Kriminalprävention an sich findet viel statt. Auch wir haben, Herr Sittel, in Dresden einen kriminalpräventiven Rat, dem Sie vorstehen seit 1996, wenn ich richtig informiert bin. Aber wir haben ja nun in Dresden, anderswo auch, aber in Dresden ganz besonders, das ja auch andere Probleme, da unser Thema heißt Gewalt und Radikalisierung, frage ich Sie, wie wird diese Problematik hier in Dresden behandelt? Ja, es ist richtig, dass wir seit 1996 den kriminalpräventiven Rat hier haben und über die Jahre gab es immer verschiedene Schwerpunkte, die eine Rolle spielten. Während in den ersten Jahren es vor allen Dingen eher um die klassische Gewaltprävention ging, beziehungsweise zunächst den Begriff Prävention, Kriminalprävention zu entwickeln, ist gerade in den letzten Jahren das Thema Extremismusprävention natürlich ein Stück weit in den Vordergrund gegangen, das jetzt nicht vorrangig in der klassischen Kriminalprävention eine Rolle spielt und wo wir natürlich auch erkannt haben, dass es einen ganz zentralen Schlüssel gibt, der eigentlich noch vor jeder Präventionsarbeit, so wie es wollen wir sagen, als gesellschaftliche Basisarbeit besteht. Das heißt, dass wir das Thema Bildung als das zentrale Thema der Stadtpolitik gemacht haben, durch unsere frühere Oberbürgermeisterin, insbesondere das Thema frühkündliche Bildung aufgegriffen haben, eben über die reine Betreuung hinaus in den Kindertageseinrichtungen zu beginnen, aber eben auch Schulen in die Lage zu versetzen, dies übergreifend deutlich zu machen. In dem Moment, wo sowohl aus der Familie, wo die Kernerziehung eigentlich nach wie vor stattfinden soll, und aus der Kita- und Schullandschaft es Defizite gibt, ist eben Bedarf an übergreifenden Präventionen zu arbeiten und da ist unsere Einschätzung, dass es nicht immer zielführend ist, es mit einer rein staatlichen Maßnahme, mit einer Maßnahme von irgendeinem Amt zu machen, sondern zivilgesellschaftliche Akteure zu unterstützen und vor allen Dingen auch zu vernetzen. Eine der Hauptaufgaben des Kriminalpräventiven Rates besteht, all diejenigen, die meistens, weil viele es im Ehrenamt machen, zu wenig Zeit haben oder teilweise zu wenig finanziert haben, miteinander bekannt zu machen, um in diesem vernetzten Gedanken die Ressourcen sehr optimal umzusetzen. Ganz klar ist, Prävention ist vor allen Dingen ein Örtlichkeitsthema, selbst für eine Stadt gibt es nicht nur ein Konzept und wir haben auch gemerkt, die Themen, die mit dem Extremismus zu tun haben, sind in den ganz unterschiedlich geprägten Stadtteilen auch unterschiedlich zu begegnen. Das heißt, wir haben unterhalb der Ebene des Kriminalpräventiven Rates als ich stadtteilbezogen nochmal extra Stadtteilrunden gemacht, um zu sehen, was ist eigentlich die Bevölkerungsstruktur hier, wo sie besonderen Ansätze sind und welche Impulse führen zu aktuellen Schwierigkeiten von außen. Ich glaube, darin besteht der Schlüssel, ein gemeinsames, vernetztes Handeln, aber das genug Raum gibt für individuell erarbeitete Konzepte vor Ort. Dankeschön. Und ich darf vielleicht ergänzen, Sie haben ein Programm, wir entfalten Demokratie, für das die Stadt in den Jahren 2017, 2018 eine Million Euro zur Verfügung stellt. Das ist das, was institutionell hier auf Dresdner Ebene geschieht. Ich könnte natürlich jetzt, weil Herr Marx auch von dem Dreiklang sprach, an Sie beide die Frage richten, wie sieht das eigentlich aus? Bei Ihnen ist die Präventionsarbeit verteilt auf mehrere Geschäftsbereiche. hat sich das bewährt. Ich will jetzt nur Ja, Nein hören, weil viel wichtiger ist mir die weitergehende Frage, was ist mit der Forschung? Ich höre viel von Leuten, die sich mit Präventionsarbeit beschäftigen. Wir brauchen evaluierte Programme, wir brauchen eine definierte Struktur, dass das nebeneinander mal aufhört, ein bisschen in Zug reinkommt und wir vergleichbare Daten haben, mit denen wir arbeiten können. Gibt es dafür eigentlich Geld? Ja, also ich würde gerne einfach mal sagen, wofür es Geld gibt. Viele von Ihnen kennen vielleicht, der Ministerpräsident hat das schon erwähnt, das Programm Demokratie leben des Bundes. Und dieses Programm, da können wir sagen, das, was wir an Evaluierung, an Begleitung, an Monitoring, an Rückmeldung von der lokalen Ebene bekommen, ist sehr positiv. Es funktioniert. Wir haben mit diesem Programm im Jahr ungefähr 600 Projekte und über 3000 Einzelaktionen, die gefördert werden, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Demokratieförderung in ganz Deutschland einsetzen. Und dieses Programm war ein befristetes Programm bis Ende nächsten Jahres und sollte dann eben auch runtergefahren werden mit den Mitteln. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir in der Situation, in der wir jetzt sind, es uns nicht leisten können, bei den Diskussionen, die wir im Land führen, bei Hass, Hetze und anderen Dingen, die wir immer wieder erleben. Wir können es uns nicht leisten, so ein Programm weder zu beenden noch runterzufahren. Und deswegen haben wir auch mit dem Finanzminister intensive Verhandlungen geführt und können sagen, wir haben in diesem Jahr eine Aufstockung. Wir werden 115 Millionen Euro für dieses Programm ausgeben können und wir haben es auch im nächsten Jahr drin. Und da sind die 16 Demokratieförderzentren in Deutschland, in allen Bundesländern dabei, wo gerade auch es um die Opfer von Radikalisierung geht, um Ausstiegsberatung und so weiter. Wir haben über 200 lokale Partnerschaften für Demokratie, 18 davon übrigens in Sachsen. Und wir haben bundeszentrale Träger, die sich genau eben damit auseinandersetzen, was funktioniert, was geht vor Ort, wie können wir Akteure tatsächlich unterstützen. Und ich denke, dass diese konkreten Erfahrungen aus der Praxis und sich anschauen, geht das, haben wir damit Erfolg. Die beste Grundlage ist, um auch Programme gut zu entwickeln. Und da müssen wir auch weitermachen. Und gerade was die Extremismusprävention angeht, auch an Schulen, schauen wir gerade, wie wir das verbessern können. Es gibt das Programm Islamismusprävention an Schulen und wir werden damit in diesem Jahr anfangen, sogenannte Anti-Mobbing-Profis zu finanzieren von Seiten des Bundes. Das ist Jugendsozialarbeit an Schulen, die genau darum geht, auch interreligiöse Konflikte anzugehen und ein Stück weit im Rahmen von Leuten, die zusätzlich an die Schulen gehen, als Respekt-Coach sozusagen, Menschen dazu zu bringen, in Schule diese Themen auch anzugehen. Und wir haben in allen deutschen Schulen das Thema Mobbing und da fängt es ja an. Es fängt immer damit an, wie kommen eigentlich junge Leute in eine Situation, bei der sie unzufrieden sind, bei dem sie anfangen, anderen die Schuld zu geben, bei der sie selber keinen Erfolg haben und wer Frust hat, weil er in der Schule nicht gut ist, der sucht andere Wege, um sich auszudrücken. Und da müssen wir ran. Ich sehe das ganz genauso. Es fängt letztendlich bei einer guten frühkindlichen Bildung an, bei der Frage, starten Kinder in Klasse 1 mit massiven Sprachstörungen und Entwicklungsverzügungen und das zieht sich dann fort. Oder verhindern wir das durch eine gute frühkindliche Bildung, durch Ganztagsbetreuung? Daran arbeiten wir im Moment, dass eben Kinder erfolgreicher ihre eigenen Chancen und Perspektiven sehen und als junge Menschen dann auch sagen, ich habe was vor, meine Perspektive ist nicht, ich werde Hartz IV, sondern ich will was machen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt für Prävention. Die Frage zielte auch auf die wissenschaftliche Auswertung auf allen Ebenen von Programmen, damit auf die Wahrnehmung von Seriosität der Programme, damit als Argument zu benutzen, um vielleicht auch den ein oder anderen, dessen Taschen noch zugeknöpft sind, davon zu überzeugen, dass ständige Präventionsarbeit auch immer Geld kostet und vielleicht auch tatsächlich eine Präventionspolitik nach sich ziehen muss. Herr Ministerpräsident, können Sie da zustimmen? Ja, ich bin auch der Meinung, dass es durchaus mehr wissenschaftliche Begleitung geben sollte und dass uns das dann am Ende hilft, weil man dann auch nochmal zusätzliche Belege hat. Und trotzdem weiß jeder, der in diesem Bereich engagiert ist, dass ohne diese Programme und ohne diese Unterstützung vieles gar nicht möglich wäre. Und wir haben gerade angesprochen, Schulsozialarbeit oder überhaupt Sozialarbeit. Wir haben auch diese Erkenntnis, dass wir da noch weiter investieren müssen, dass es eben natürlich schon die Schule ist als Diskursraum, als gesellschaftlicher Raum, wo alles verhandelt wird. Und deswegen wird es jetzt hier ab kommendem Schuljahr so sein, dass an allen Oberschulen, also an allen Real- und Hauptschulen im Freistaat Sachsen ein Schulsozialarbeiter tätig ist. Wenn wir mehr Kraft haben und auch das Personal haben, können wir dann auch darüber sprechen, noch andere Schulen mit einzubeziehen. Aber es ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir diese Kreise durchbrechen im sozialen Bereich, dass aus einer Sozialhilfekarriere wieder eine neue auswächst, aber eben auch diese Wertvorstellungen, die ja von den Eltern ebenfalls übertragen werden, seien sie in welcher Form auch immer des Extremismus, dass man dem etwas entgegensetzt. Und dann ist natürlich diese Schule ein wichtiger Ort, aber alleine geht es dann auch wieder nicht. Es funktioniert nur dann richtig gut und ist erfolgreich, wenn wir dann die Kooperation haben mit den Gemeinden, mit den Sportvereinen, mit den Kirchen, mit der Polizei. Und deswegen ist das eine wichtige Investition jetzt und kostet auch sehr viel Geld, aber es ist uns wert und ich glaube, es sollte in Deutschland zum Standard werden, dass Schulsozialarbeit vorhanden ist. Das ist eine Weiterentwicklung, eine logische Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Herr Sittl, ganz kurz zum Schluss, deswegen behalte ich das Mikrofon in der Hand. Wir müssen leider zum Ende kommen. Was ist denn für Sie noch so ein bisschen der weiße Fleck hier in Dresden? Den weißen Fleck sehe ich im eigentlichen Punkt nicht, aber eine stärkere Erkenntnis, dass es ein zentrales Moment gibt der Verantwortung, das ist nämlich die Verantwortung für die Geschicke einer Stadt, nicht in einer Stadtverwaltung beim Oberbürgermeister und schon gar nicht beim Land liegen, sondern die Verantwortung in einer Stadt haben die Bürger selber. Das heißt, der Schlüssel ist, jeder muss begreifen, dass Präventionsarbeit eine Aufgabe ist, die jeder auch hat, auch wenn sie nicht so leicht messbar ist an der Stelle. Und verbunden mit diesem Prinzip der Verantwortung steht auch ein Stück Vertrauen, weil neben allen allgemeinen Karrieren, die in Straffälligkeit und so geht, ist ja sehr viel, gerade aus der Extremismusdiskussion, Vertrauen in das Funktionieren von Staat und Stadt. Und insofern müssen wir da stärker auch eintreten und ich sage das auch ganz selbstkritisch für manche politische Diskussionen, vielleicht nicht immer nur das Trennende so in den Vordergrund zu stellen, sondern den Bürgern auch zu sagen, hey, wir streiten uns zwar, das ist auch unsere Aufgabe, aber wir arbeiten an der gemeinsamen Sache. Prima, vielen Dank. Dazu kommen wir gleich, wir werden es vertiefen in dem zweiten Panel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Damen, meine Herren. Eine Ankündigung noch möchte die Ministerin machen. Ja, meine Damen und Herren, es ist aber abgesprochen mit Herrn Marx. So, wir sind ja beim Präventionstag 2018, aber es gibt ja auch noch den Präventionstag 2019 und da würde ich gerne die Ankündigung machen, dass wir uns, wenn Sie dann hier ja angespornt und mit vielen neuen Impulsen diesen Tag verlassen, dass Sie dann sich schon freuen können auf das nächste Jahr, denn der 24. Deutsche Präventionstag wird in Berlin stattfinden und ich kann Ihnen sagen, wir haben uns entschieden, dass das Bundesfamilienministerium gastgebender Veranstaltungspartner ist und damit über 3.000 Gäste auch mit dem Budget des Bundesministeriums im Estrell Hotel in Berlin willkommen heißen wird. Insofern können Sie sich schon freuen, aber ich wünsche Ihnen jetzt erstmal hier einen guten Tag und ja, viel Erfolg und bis zum nächsten Jahr dann. Vielen Dank. Vielen Dank.